So, moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde LS17 auf der Map-Gemeinde Rade. Und heute unterstützt mich der Onikus. Hallo Oni. Hallo. Moin moin. Ich habe auch gleich für dich eine sehr, sehr gute Aufgabe. Und zwar darfst du dir den Steier schnappen, der hier vorne steht. Das Gewicht einmal durchtauschen gegen das Fassgewicht, weil die 1,5, nee 1,1 Tonnen ist das glaube ich hier, ne? Ja. 1,1 Kilogramm sind das nämlich, was das Gewicht hat. Die brauche ich nämlich am MB-Truck, weil ich damit flügen möchte. Und dann darfst du mal zum Feld 29 ist es glaube ich kommen, ne? Ja genau, zum Feld 29 bitte. Feld 29 haben wir da oben. Okay. Ja, genau. Das wird erledigt. Das ist schön. Dann kriegst du nämlich da eine Sehmaschine von mir und dann tauschen wir da oben die Gerätschaften durch. Sehr gut. Ja. Und dann fahre ich nämlich gleich wieder zurück zum Hof und hole mir da einen Flug und gehe dann aufs Feld 11 glaube ich weiter. Und ich habe gerade eben gesehen, dass der Landmaschinenhändler ein neues Mähwerk im Angebot hat. Da muss ich gleich mal reingucken, was das für ein Mähwerk ist, weil hier in der Gemeinde Rade werden nämlich immer die ganzen, die Pflege der Wiesen und der Grasflächen wird immer an die Landwirte vergeben. Und mit etwas Glück darf ich da auch so ein, zwei Flächen bewirtschaften. Das ist immer ganz nett. Das ist echt super. Ja, ne? Hört sich gut an. Auf jeden Fall. Ich habe hier auf dem Feld 29 schon ein bisschen angefangen mit dem Drillen. Da wirst du das dann erkennen, dass da, wo da die Kanten sind. Wobei ich warte mal ganz kurz, bis du hier bist. Ich sehe schon gerade, du drehst gerade ein paar Runden durchs Dorf, ne? Ne, ich fahre gerade erst mal vom Hof. Ich soll jetzt mich gerade überlegen oder gucken, wo ich am besten herfahre, weil ich erkenne die Straßen immer so ein bisschen schlecht. Ja, du kennst dich ja auch hier bis jetzt noch nicht so aus, ne? Ne, ich bin ja nur im Urlaub hier bei dir, ne? Ja, genau. Du warst ja vorher, du bist ja auch einer von diesen Landwirten, die es gleich nach Amerika gezogen hat, ne, glaube ich? Ja, aber nur teilweise. Ich habe, alleine selbstständig bin ich komplett in Amerika und ich bin aber auch noch mit, ja, zwei anderen Leuten an einer Firma in Deutschland. Ah, okay. Und wo genau? Ähm, also, wir nennen es mal Old Streams. Ah, okay. Weiß den Ort, den weiß ich jetzt gerade gar nicht genau. Das sind wir auch ganz frisch erst jetzt hin. Wobei das dicht an der französischen Grenze ist, glaube ich. Habe ich mal gehört. Ja, ja, das ist, das ganze Flair wirkt so ein bisschen leicht französisch. Ja. Ja, 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 ja. Aber ja, habe ich auch schon gehört von diesem kleinen netten Ort. Da soll es sehr, sehr angenehm sein. Viele kleine Felder, ne? Also, da wirst du, wirst du hier auf jeden Fall merken, dass du länger gerade ausfahren kannst als in dem kleinen Old Streams Ort. Ja, das, das bin ich aber auch gewöhnt. Lange Strecken. Ah, cool, du bist schon auf dem Feldweg. Das ist ja nice. Gut. Achso, ich wollte mal gucken im Shop, was das neue Mähwerk sagt. Äh, Mähwerk. Wie, 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 wie ist das? Oh, das kostet tatsächlich eine 2.800. Das ist ja geil. Oh, was ich gerade sehe. Na? Soll ich mal eben noch tanken fahren? Ich habe nur 37 Liter. Oder reicht das wohl? Ah, das reicht erst mal. Okay. Ist es schon rot? Nö. Nee, dann reicht es. Ach, wenn es noch nicht rot ist, dann reicht es. Okay. Du musst halt nicht so heizen, ne? Das ist schwierig bei mir. Ich sehe schon, da kommst du schon angebrettert. Die Sehmaschine steht hier vorne. Mhm. Da müsste auch Weizen eingestellt sein. Also, da musst du gleich mal drauf achten. Nicht, dass du, äh, nicht, dass du irgendwie was anderes, komisches, auf einmal eine andere Fruchtsorte da reinbaust. Das wäre ganz... Ja, am meisten ist es drin. Okay. Und, äh, am Feld siehst du ja, ich bin eigentlich immer von, von, äh, von West nach Ost gefahren. Und lass halt am, am, am Rand so ein bisschen, habe ich hier freigelassen, zur Fußwende, dass man da drauf wenden kann, dass man nicht über die Frucht wendet. Ne? Aber du kennst dich ja aus. Okay. Okay. Ja, ja. So. Ich fahre da, ich fahre da mal weg, ne? Ich lass dich mal in Ruhe. So, ganz schön Stücke, was auch gemacht werden muss, ne? Ja. Das kannst du ja über die, ich hab dir ja, äh, auf dein Smartphone eine, eine App übertragen, da kannst du ja mal reingucken, was noch zu erledigen ist auf dem Feld. Mhm. Und wenn du fertig bist, darfst du Bescheid? Äh, dann hab ich auch schon gleich die nächste Aufgabe für dich. Weil gestern hat mich ja der Chris von den LSV Drivers unterstützt und, äh, der hat das Feld 1 quasi, äh, komplett geflügt und gegrubbert. Mhm. Und da kann man jetzt eigentlich als nächstes anfangen und, ähm, mal Dünger drauf werfen, ne? Dünger und dann muss das auch, äh, muss da auch was reingedrillt werden. Aber vielleicht, äh, vielleicht machen wir zwischendurch mal eine kleine Aktion mit, äh, mit Rasenmähen oder so. Ich bin mir noch nicht so sicher. Mal gucken. Das ist ja mal ganz schöne, naja. Was denn? Das sind gerade unsaubere Kanten, muss man sagen. Ja, der MB Truck hat kein GPS drin. Oh, der hat kein GPS drin. Ne, ist ja ein bisschen älter, das Gerät. Dafür war er ja günstiger. Ja. Also, hat er, ist halt nicht, er hat halt Power, ne? Er hat halt Dampf, aber kein GPS und deswegen muss ich das alles so ein bisschen Pima-Auge machen und das Feld ist ja auch nicht so gerade, ne? Also ich hab mich halt so an der Feldkante, äh, orientiert. Ja, das ist leider, leider so. Ja, ich zieh da einfach mal so ein bisschen neuen Rand rein. Genau, das machst du schon. Ich bin mir, ich bin mir da sehr, 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 ich bin da sehr zufällig, zuversichtlich, dass du es hinkriegst. So, das wollte ich sagen. Das ist sehr gut. Vertrauen in seine Angestellten ist immer super. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ansonsten, wie gefällt dir das Landleben mittlerweile? Ach ja, ne, ist schon sehr, sehr interessant. Macht durchaus Spaß und, ähm, ja, man ist auch sehr gut erfolgreich mittlerweile, ne? Ja, also ich, also was erfolgreich angeht, da kann ich ja überhaupt noch gar nicht mitreden, ne? Also, ich bin ja hier erst vor kurzem angekommen und, äh, wirtschaftet gerade erstmal alles ein bisschen auf, dass wir es mir mein Schwiegervater so hinterlassen hat. Mhm, also, ja gut, ich sag jetzt mal für, für einen Anfänger wie mich, der das erste Mal in der Landwirtschaft überhaupt ist. Ja. Hab jetzt mittlerweile bei mir auch 40 Kühe. Oh, 40 Tiere schon, das ist ja nice. Hab mir, ich glaube, äh, 32 hatte ich, glaube ich, geholt. Ja. Hab schon ein paar gezüchtet. Ah, cool. Das läuft. Das ist dann ja, ja, das ist immer sehr gut, ja. Mhm. Wenn die, wenn die eigene Nachzucht steht. Ja, auf jeden Fall. Gucken, dass ich dann noch, hab ich, ich glaube, fünf Felder hab ich jetzt. Ja. Müssten es sein. Und, ähm, ja klar, fünf. Und wenn ich die fertig hab, beziehungsweise wenn ich da, äh, genug Profit habe. Ja. Dann werde ich mir wahrscheinlich mal noch ein Feld holen und werde mir dann nachher mal noch Schafe anschaffen. Die Pulloverschweine. Genau. Ja, das Wolle ist echt sehr, sehr stark gefragt, ne, hab ich auch schon mitgekriegt. Auf jeden Fall. Vor allem auch, ja, damit meine Frau mal was zu tun hat, ne. Wie, soll sie, soll sie, soll sie, soll sie stricken? Oder was? Ja, natürlich. Kannst du uns mal ein paar Pullis machen? Die beschwert sich jetzt den ganzen Tag. Die sitzt zu Hause und hat nichts zu tun. Ja. Dann sag ich, hier komm, Hilde. Brunhilde. Schnapp dir mal einen Träger. Ja. Die fahr mal übers Feld. Aber, ne, das ist dann auch nicht ihr Ding. Und dann soll ich doch mal irgendwas machen. Und dann würdest du sie dazu animieren, dass sie so ein bisschen Pullover strickt. Genau. Aus der eigenen Wolle. Genau. Krass. Also, ja, ich wünsche dir viel Erfolg dabei, dass sie sich dazu animieren lässt. Ja, das ist ganz bestimmt. Also, sie strickt ganz gerne, aber ansonsten kann man die Wolle ja nicht mehr bezahlen. Hoffentlich verstrickt sie sich nicht. Nee, das, das, das bestimmt nicht. Das bestimmt nicht. Okay. Ja, das ist ja, das ist ja nett. So, ich bin jetzt auch gerade hier beim Feld 11 angekommen. Dann kann ich gleich mal den, mal gucken, wie ich das mit den Flügen jetzt mache. Weil ich muss das ja wieder Pima Daumen, äh, Pima Auge machen. Ich kann das ja nicht so schön wie du. Du hast ja so einen neueren Traktor da, der auch schon so ein bisschen mit GPS ausgerüstet ist. Ja, wobei ich das gerade gar nicht anhabe. Hast du gerade gar nicht an. Und machst trotzdem eine gerade Kante. Das ist ja gut. Ja, eine relativ gerade. Also, ich ziehe jetzt erstmal, wo es mich hier ein bisschen gestört hat, da ziehe ich erstmal eine neue Kante. Dass das alles ein bisschen mehr gerade wird. Und danach fahre ich wahrscheinlich mit dem GPS nochmal da dran vorbei. Ja, du machst das schon. Ich bin da sehr zuversichtlich. Zuversichtlich? Zuversichtlich, genau. Ich bin das aber gar nicht gewöhnt, was ich hier merke. Wenn wir in Amerika, da, ja, da ist eigentlich eine Automatikschaltung drin. Ich verhasst mich hier immer noch ein bisschen. Ach, mit dem vorwärts-rückwärts, meinst du? Ja, genau. Ah, okay. Dass ich nicht automatisch rückwärts fahre, sondern selber schalten muss. Aber das kannst du ausschalten, wenn du möchtest. Ach, das bleibt erstmal an. Ja. Aber wie gesagt, musst du halt einfach mal lange auf die Schaltung drücken und dann ist das weg. Soll es ja nicht zu irgendwas gezwungen werden, was du nicht kennst. Nee, das ist alles okay. Das sind alles neue Erfahrungen. Nee, wie war das? An seinen Herausforderungen wächst man. Ja, genau. Genau, genau, genau. Ja, und sonst so? Wie findest du denn hier die Gegend? Was sagst du zu dieser Gegend eigentlich? Also ich habe mich jetzt noch nicht groß umgeschaut. Ja. Aber auf jeden Fall sehr waldig. Ja, ne? Oh, jetzt. Wir sind ja hier quasi auch in Schleswig-Holstein, ne? Schleswig-Holstein ist ja quasi die Lunge Deutschlands. Hm. Nee, das war jetzt... Das ist keine Raucherlunge. Das war erfunden. Nee, wir sind die Seelunge. Die Seelunge? Die Seelunge. Nein, nein, das war frei erfunden, dass wir die Lunge... Aber ich habe schon von vielen gehört, die irgendwie immer denken, wenn sie so an Schleswig-Holstein denken, dass das alles so grün ist und so. Weil da oben kann ja keiner wohnen, ne? Deswegen muss da ja überall Wald sein. Ja, klar. Natürlich. Wer wohnt schon in Schleswig-Holstein? Ja. Ne? Das ist ganz merkwürdig. Ja, wir haben ja auch nur Wald und Berge und das war es eigentlich. Wo ich da in Amerika? Ja, ja. Nee, in Deutschland. Ach so, in Deutschland. Also, in Amerika da ist eigentlich alles flach. Beziehungsweise, da wird ja sehr, sehr stark industrialisiert und alles sofort abgeholzt, oder? Sobald da ein Baum länger ist als ein Meter, da wird er doch gleich weggemacht, oder nicht? Ja, zumindest von einem Kollegen von mir, der war jetzt mal da. Ja. Auch ein bisschen Urlaub bei mir gemacht und der hat sich direkt schon so ein Fichtenmoped geschnappt, ne? Ja, ja, klar. Und hat direkt erstmal diesen Keilschlag veranstaltet. Hat alles weggemäht, ja? Ja, alles, was seine Finger gekriegt hat, war weg. Das ist aber neuer. So ist das halt, ne? Wächst ja alles wieder nach. Du meinst, äh, baumtechnisch? Ja. Also, irgendwann vielleicht mal, wenn ich neue Setzlinge setze, aber... Ich wollte es gerade sagen, ja. Wenn du dann irgendwann mal selber, äh, Hand anlegst und da dafür sorgst, dass da neue Bäume gepflanzt werden, denn ja, wenn nicht, denn... Oh, ich sehe gerade, wie schlecht ich hier eigentlich flüge. Also, nicht so, nicht so schief und krumm. Also, doch, natürlich wieder schief und krumm, so wie gestern eigentlich auch. Aber ich lasse auch einen zu, zu dollen Spalt frei gerade. Ah. Muss mal ein kleines Stück zurücksetzen, damit ich da alles mitkriege. Was ich so haben möchte. So. Nicht, dass ich da alles doppelt und dreifach machen muss hier. Das wäre ja wieder... Ja, kontraproduktiv halt, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber, naja, ich kriege das hin, ich kriege das hin. Was habt ihr denn so an, 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 äh, habt ihr euch schon... Es gibt ja, neuerdings, äh, gibt es ja diese Pappeln. Ich habe ja von, von vielen Landwirten gehört, dass die in den Bereich Pappeln eingestiegen sind. Ja. Ist das, äh, habt ihr da auch schon, äh, eure Erfahrungen mitgemacht? Noch gar nicht. Also, ich habe das Einzige, was ich jetzt gemacht habe, was für mich ganz anders war, waren Kartoffeln. Ah, okay. Aber das ist auch sehr, ich sag mal, mühsam. Weil die Erntemaschine, naja, die arbeitet natürlich nicht viel ab. Ja, da hole ich mir meistens hier so ein, eine kleine Aushilfe mal eben. Ja. Dann sag ich hier, fahr mal übers Feld, ich mach in der Zeit was anderes. Ja, fahr mal für 5,50 Euro die Stunde darüber, ne? Und weh, du bist nicht in einer halben Stunde fertig. Genau, genau. Ja, ja, kenn ich, kenn ich. Weil da, ja, da werde ich ja ganz nach beschäftigt, sondern kann ich, schaffe ich nichts anderes mehr. Das kannst du ja auch vergessen auf Dauer. Ja, ja, ja. Jetzt, wenn der Hof wächst, dann... Ja, irgendjemand muss ja die Kühe befruchten, ne? Damit das da weitergeht. Genau, genau. Dann schicke ich ja ab und zu mal Hilde rüber. Über die Kühe? Oh Gott. Oder zum Befruchten? Ne, über die Kühe, die reinigt die Kühe immer. Ach so, ach, das meinst du. Das hab ich jetzt schon wieder... Ja, das frage ich mich auch. Aber ich glaube, ich will es auch gar nicht wirklich... Naja, ne? Sprich dich ruhig aus, wir sind hier unter uns, da ist alles gut. Alles gut, ich möchte ja auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Ach so. Das könnte dich nur verstören. Ja, das macht es... Also meistens, wenn wir uns unterhalten, bin ich danach sehr verstört. Das wollen meine Frau fragen, ja. Das glaube ich. Aber von dem her, alles gut. Da liegst du abends im Bett so, mit dem Teddy im Arm, weinend. Weinig, womit du das verdient hast. Weine ich mich in mein Star Wars Kissen ein. Genau. So. Ich hab schon ganze zwei Bahnen geschafft. Und wie sieht es bei dir aus? Ich hab schon drei, vier, müssten fünf, müssten es sein jetzt. Ich bin erst bei der fünften. Ich bin tatsächlich ein bisschen erstaunt, wie lange das dauert, hier entlang zu fahren. Ja, das glaube ich. Ich meine, ich gehe hier auch teilweise über schon Gesätes, fahre ich nochmal, muss ich nochmal drüber fahren, um das hier erstmal gerade zu kriegen. Weil ich das so schlecht gemacht hab, ne? Wolltest du sagen? Ja, natürlich. Nee. Nein, du hast ja dein Bestes getan, aber ohne GPS ist es halt auch schwierig. Ich glaube, ich hätte das Feld da oben lieber weitermachen sollen und dich hier mit dem Sechsscharfflug und dem kleinen Trecker rüber eiern lassen sollen. Da hättest du dich, äh, da hättest du dich richtig gefreut mit, ich glaube, so fünf, fünf kmh, ja, ich glaube, mehr hätte er nicht geschafft. Ja, 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 das, Flügen ist sowieso meine Lieblingsaufgabe. Ist es tatsächlich? Nein. Das hätte ich, das hätte ich vorher wissen müssen. Schade. Wobei, Flügen, ja, das geht schon eigentlich. Ja. Es ist besser als Kartoffeln. Also besser als Kartoffeln ernten. Das, was ich immer so ein bisschen schade finde, ist, dass wenn man, äh, ja, sowas wie, wie Flügen macht, dass man danach kein Geld kriegt. Beim Ernten ist es immer schön, da kriegst du dann danach ja Geld, ne? Du machst es ja, um dann direkt die Frucht zu verkaufen. Beim Flügen musst du halt nach danach noch so viele Schritte, äh, anpacken, um dann letztendlich erstmal an dein Geld ranzukommen. Aber darüber können wir uns gerne morgen weiter unterhalten, denn wir sind für heute mit der Folge wieder fertig. Und, äh, ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns morgen zu einer weiteren Folge wieder. Bis dahin. Bye, bye. Tschüss.